Oh! Zwei! Was? So, mal sehen. Und... Oh, was? Oh, was? Was? Oh, mein... Nein! Junge! Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Oh mein... Und ihr seht schon, ja, heute ein bisschen Special-Video. Wir sind hier mit Flashcaves am Start in Hamburg. Ah, am Jungfernstieg, Leute. Hier geht's voll ab gerade. Richtig heftig, Alter. Wir drehen einfach heute ein megawarges Opening Battle in Relive auf der Straße. Und es ist so kalt! Es ist richtig krass kalt, aber wir haben mega Glück gehabt, dass die Straße auch abgesperrt ist, würde ich sagen. Und ja, Leute, ich würde sagen, das wird wieder mal ein legendäres Video. Okay, Leute, bevor das Video aber losgeht, machen wir noch ein Instagram-Gewinnspiel. Und zwar könnt ihr 50 Euro gewinnen. Ja, Passive Card, Google Play, iTunes, wie auch immer ihr wollt. Dafür müsstet ihr uns beide einfach auf Instagram folgen, Freunde. Ihr seht's schon. Was sagen Sie dazu, Herr Keren? Das ist auf jeden Fall sehr nice. Freunde, hier haben wir ganz kurz die Namen noch mal eingeblendet. Und viel Erfolg. Ich würde sagen, das Ganze lösen wir dann in ein, zwei Wochen, würde ich sagen, auf. Genau. In der Insta-Story, entweder bei mir oder bei sowas. Ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt, das Insta, checkt's ab. Und damit let's go mit dem Video. Oh mein Gott, lass direkt anfangen. Lass direkt anfangen. Ja, wir sind jetzt ein paar Zuschauer, glaube ich. Start einfach direkt rein, Freunde. Erste Megabox, würde ich mal sagen. Aufentspannt, oder? Ja, bei mir ist gar nichts drin. Okay, es geht los. Ja, okay, let's go. Ich hab zwei verbleibende. Ja, ich hab schon mal die Boxerin. Ja, wir machen mal zu Hause, James, würde ich sagen. Ich hab schon mal die Boxerin. Ja, okay. Ist schon mal nice. Okay, hast du schon irgendwas gezogen? Nein, nein. Ja, er hatte ein paar weniger Blonards drauf, aber... Ja, ich hab nur Shelly drauf, Freunde, also sonst nichts. Okay, let's go, wir müssen sagen direkt die nächste Megabox. Ich hab zwei verbleibende, okay, das ist schön. Ja, du hast uns die ein bisschen zu schnell durch, Kevin. Ja, okay, okay. Ja, 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 ja. Manchmal du musst das ein bisschen rauszögern, sonst ist ich nur zu schnell verbleibende. Ja, Freunde, es ist ein Special-Video, oder? Es ist ein Special-Video. Okay, let's go. Dann würdest du sagen wieder auf drei, ne? Hast du Live-Zeit, sagst du? Ja, ja, ja. Okay. Drei, zwei, eins und drei. Okay, ich krieg schon mal einen neuen Brawler, Freunde. So, und ich zieh schon mal Bali, immerhin, immerhin, wie klar. Kann man machen. Du bist ein bisschen anstrengend hier, ey. Alter. Ja, ja, du hast nur sechs verbleibende, musst du mal hier ziehen, ey. Das stimmt, du. Ich muss mal hier ausrasten. Okay, let's go. Ich zieh runter. Drei, zwei, eins und fünf. Drei. Ey, Mann, Digga, was ist das? Und ich zieh auch nichts. Hamburg soll mal ein bisschen gönnen, hier, Freunde. Ja. Hamburg soll echt mal ein bisschen gönnen. Okay, mach du jetzt mal alleine auf. Soll ich einen alleine aufmachen? Ja, ja. Meinst du, das bringt Spaß? Ja, ja, ich geb dir jetzt das Glück. Pass auf. Freunde, aber warte. Ich hol mir jetzt noch ein bisschen mehr Glück. Oh mein Gott, Junge, es ist so weit. Freunde, der Hashtag der Literhody ist natürlich am Start. Ihr wisst bescheiden. Drei, zwei, eins und fünf. Ey, yo. Okay, aber, Freunde, ich mach jetzt weiter mit vier. Pass auf. So, zack, vier. Ich sag's doch. Ja, okay. Ich sag's doch. Okay, und wir ziehen... Dabbel. Immerhin. Das ist schon mal, immerhin schon mal super selten, Freunde. Oh ja, das rollen wir fast. Man kennt ihn. Ja, Mann. Okay, dann würde ich sagen, wir starten direkt weiter rein. Naja. Es ist so kalt. Ja, okay. Ich zieh runter. Drei, zwei, eins und... Fünf. Das heißt, ich zieh einen neuen Brawler. Junge. Ich zieh schon mal wieder einen neuen Brawler, Freunde. Ich hätte auch komplett neue Account nehmen. Ich hol Lukas gleich ein. Ich hol Lukas gleich ein. Mann, Junge. Oh! Zwei! Was? Alter, oder sind das Power-Ups noch? Nein. Safe? Ja. Okay, okay. Warte mal, warte mal, halt dich fest. Ja, Mann. Oh, der Ehrenbruder, der Ehrenbruder. Der Ehrenbruder Poco. Man kennt ihn. Das geht schon mal klar. Ja, Mann. Ja, Mann. Immerhin. Ist schon mal ein guter Anfang. Bei mir zumindest. Ja, bei dir auf jeden Fall. Okay, let's go, Freunde. Wir holen ihn noch ein. Ein Legendary. Und dann ist das Ding auf jeden Fall schon mal hier safe. Wollte grad sagen, machen wir auch wieder mit Punkte. Skala Amego, ne? Ja, ja. Ne, eigentlich ist ja unfair, weil du hast ja schon einige Brawler gehabt. Ja, mach mal trotzdem. Ja, erst mal hier. Achso. Ja, zäh runter. Drei, zwei, eins, go. Vier. Na, schade. Fast sieben. Ey, Junge. Ich muss hier noch mal was Neißes ziehen, ne? Ich muss hier noch mal was Neißes ziehen. Ja, solltest du eigentlich machen. Ja, ja, ja. Okay, wieder gleichzeitig. Ja, Mann. Let's go. Drei, zwei, eins und... Vier. Hä? Hä? Jetzt könnt dein Rad nicht. Heute ist es zu kalt. Ja, ja. Diese neuen Accounts sind eben ein bisschen komisch manchmal, ne? Ja, ja. Ich drehe nur an, dass jetzt das Video erinnern. Ja. Das letzte auf mit dem Battle. Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich. Oh mein Gott, das ist so kalt, Freunde. Let's go. Achso. Ja, ja. Ja, Mann. Und... Go. Fünf. Vier. Hä? Junge, es ergibt gar keinen Sinn. Es ergibt gar keinen Sinn, Alter. Ja. Ja. Ich glaube, du musst... Achso, du zeigst dir den Tisch und warte. Ich zeig dir die Freunde. Ja, ich zeig dir die Freunde. Ich hab sogar nur ein T-Shirt hier an. Ja. Egal. Jetzt, jetzt, jetzt die maximale Power. Achtung. Ja, ja, ja. Okay. Und... Drei, zwei, eins, go. Sechs. Fünf. Hä? Junge. Das sind nur seltene Super-Siege. Ich hol dich ein. Ich hol dich ein. So, einwitz. So, mal sehen. Und... Oh, was? Oh, was? 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 Nein! Hä? Junge. Alles zerstört, Digga. Alles zerstört. Alter, als ob. Schau euch das an, Freunde. Das wird wieder so ein Video, Lukas. Ich sag dir das. Leute, Alter. 10.000 Likes auf diesem Video, Alter. Let's go, Junge. Oh mein Gott, Junge. Holy Shit, Alter. Ach du... Was? Junge, du zerstörst mich hier anders. Hä? Zeig mal Account jetzt. Hä? Zeig mal Account. Hä? Warte mal, ich bin wieder verwirrt, Freunde. Hä? Junge. Was? Ist nicht so... Digga, das ist der krasseste Account, Freunde. Nur wenn ihr in Hamburg hier auf dem Jungfernstieg seid, im Bescheid. Ja. Ich glaub auch, Alter. Hamburg ist schon uns jetzt Geld. Auf geht's, ja. Dafür hab ich keine Erklärung. Ja, gut. Eieiei, Freunde. Ich würd sagen, ich hab eh schon gewonnen, ne? Na, ich leg noch mal einen nach jetzt. Ja, komm, es ist ja auch ein legendären. Ja, ja. Freunde, man sollte niemals aufgeben. Ihr wisst, Games kommt, Video. 3, 2, 1, go. 5. Na, schade. Es ist einfach lächerlich, ne? Es ist einfach lächerlich. Freunde, ich beschwär mich nicht. Let's go. Weiter geht's. Nächste Box. Auf geht's. Und 6. 5. Leute, schreibt in die Kommentare. Hashtag unfair. Auf jeden Fall mal. Das geht gar nicht, klar, Mann. So, und jetzt schau mal. Ey, wenn jetzt... Oh, ja. Okay, Penny. Ja, okay. Kann man machen. Immerhin. Kann man machen. Komm, ich hab noch eine theoretisch, wenn... Ich hab keine mehr. Ja, komm, aber... Okay, ich mach die aber auch noch. Ich mach die aber auch noch, Freunde. Dann würd ich sagen, 3, 2, 1, go. 5. 4. Hä? Du hast nichts gezogen, oder? Alter, ich hab nichts gezogen. Also, das versteh ich echt nicht, Alter. Egal, ich hab die Folge gerettet. Ja, du hast auf jeden Fall krank zerstört. Das muss ich dir echt lassen. Vielleicht aber noch Brawler? Nee, schade. Ah, okay. Oh mein Gott. Egal, Freunde. Trotzdem, legendäre Brawler. 6 Verbleibende. Alles mit dabei gehabt. Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Okay, Leute. Auf jeden Fall starten wir jetzt mal ins Video rein. Tatsächlich ist der Akku von der Kamera ziemlich schnell leer gegangen, als wir gerade gedreht hatten. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, noch ein paar Megaboxen hier im Hotel für euch zu öffnen. Nachdem der Akku wieder aufgeladen war. Mhm. Genau. Ich würde sagen, komm Kevin, du kannst mal mit der ersten Box eigentlich starten. Aufentspannt. Okay. Und gönn jetzt 5. Okay. Ganz, ganz armes Deutschland, Freunde. Ja, Freunde, auf jeden Fall. Dazu zeig ich auch nichts. Aber vielleicht gönnt er noch? Nee, er gönnt gar nichts. Ja, okay. Dann würde ich sagen, ihr startet mal. Schreibt es ein bisschen hoch mit der Fusselrolle. Okay, vorne 3, 2, 1 und... Gönn! Mit der Fusselrolle, Leute. Ich glaube... Hab ich doch irgendeinen Brawler in diesem Video bisher gezogen? Nein! Nein, ne? Junge, was ist denn los, Leute? Ich weiß nicht, ob es denn dir liegt. Ihr seht meine Faul... Hä? Wieso ziehe ich denn da nichts? Nein, guck jetzt, guck. Okay. Guck, siehst du? Ich seh, ich seh. Mach da mal eine 6 hin, Havi. So ein Ding ist das. Ah, ja. Na, okay, du bist... Aber ich hau jetzt einen raus. Ich hau jetzt einen raus. Ja, okay. Du musst jetzt echt irgendwie so 7 oder 8 ziehen, sonst ist dein Korn einfach scheiße. Freunde, der Nietzler steht hinter mir. Ich weiß das. Und die Fusselrolle ist hinter dir. Die Fusselrolle ist am Start. Und let's go, wir haben... 5. 5. Eieiei, Alter. Naja, was soll man dazu sagen? Öffne auf. Und mit Nase. 5. Ey, Junge, Alter. Ich glaub, wir müssen die Fusselrolle zwischen uns legen. Moment, Freunde. Meinst du, dass wir das Ding... Die muss uns so verbinden. Schaut euch das an, Freunde. Die fliegt hier. Leider... Also hier ist auch gerade kein Alba im Zimmer. Ich glaub, das ist auch ein großes Problem, ne? Ja. Ich glaub, das ist ein großes Problem, Freunde. Aber wir probieren es trotzdem. Wir hoffen mal. Aber wir haben die Fusselrolle, Freunde. Wir gönn dir Fusselrolle. 3, 2, 1. Gönn dir. Hä? Warte, ich komm auch mit rein. Hä? 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 Ich check nichts mehr. Ich check einfach nichts mehr. Das kann eiferlich sein, Junge. Ich hab noch keinen einzigen Brawler gezogen. Ich hab 1200 Jams... Ich weiß, wo ganz liegt, Freunde. 1200 Jams ausgegeben. Okay. Aber ich bin gespannt. Ah! Das Hashtag der Nita schwört, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Ja, Freunde. So, und jetzt. Pass auf, jetzt. Ja. Es kann nur so funktionieren. Es kann eigentlich nur so funktionieren. Wir müssen das auch gleichzeitig machen. Die müssen wir gleichzeitig. Okay. Freunde. Würde ich sagen in... 3, 2, 1, go! 5! Ja! Ja! Es hat funktioniert. Und die Rolle bleibt einfach zu leben, Junge. Geil, Junge. Endlich, Alter. Fusilrolle OP, Freunde. Schreibt's in die Kommentare. Ey, wenn das jetzt legendärer ist, stell dir das mal vor. Liga, die Fusilrolle ist halt nicht mehr hier, Freunde. Na, Mann. Okay. Ich würde sagen, Freunde, wir skippen durch. Einfach mal hier runter. Und... Das ist ein Mikrofon. Und? Warte mal, warte mal. Okay. Ein verbleibende Gegenstand. 3, 2, 1 und... Break! Okay. Okay. Na, kann man machen. Also. Vielleicht habt nur leider 5 verbleibende. Ja, okay. Doof gelaufen. Aber ich muss auch noch mal ein Mäß draushauen, Freunde. Sollen wir noch beide eine Box öffnen? Öffnen wir noch beide eine Box? Ja, okay. Okay. 5. Ey, Mann. Ja, da tipp mal durch. Würde ich einfach mal behaupten. Ja, ne? Dann sagen sie mal an. Soll ich jetzt öffnen? Mach jetzt. 3, 2, 1 und... Und? Freunde. Also nur der Ehrenbruder Frank hat zu mir gehalten. Und der... Ich weiß woran es liegt. Woran liegt das? Leute, wir haben jetzt hier den doppelten Drip am Start. Und ich würde sagen, für die letzte Box, oder? Und die Fusselrolle. Und die Fusselrolle. Okay. Okay. Auf entspannt. Wir öffnen noch eine Parallel. Okay. Nur noch eine einzige. Okay. Okay, Freunde. Ich würde sagen, in 3, 2, 1, go. 5. Nö, Scheiße, ey. Freunde. Immerhin 1, 8, 7 Münzen. Naja. Und da war nichts drin. 21 Gems. Immerhin. 3 Gems. Ja, okay, Freunde. Oh, Mann. Mach's nix auf jeden Fall. Leute, ich würde sagen, wir schalten mal schnell zurück zu der Straße. Und, ja, Mann. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Ciao. Dann würde ich sagen, checken wir mal den zweiten Teil auf Clash Gems Kanal ab. Dann würde ich sagen, ja, checken wir mal den zweiten Teil auf Clash Gems Kanal ab. Der kommt morgen, ne? Genau. Mal sehen, ob wir da rasieren. Oder ob Lukas da rasieren, ne? Ja. Vielleicht rasiere ich da. Ich würde sagen, das war's dann mit dem Video. Und, ciao. Ciao.